Verpiss dich, Alter. Kuscheln mit Mela, dafür ist sie ja da. Ja, kuscheln! Verpiss dich jetzt! Komm, kuscheln! Ich will kein Paket! Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft-Mörder. Zusammen mit den asozialen Pack der Name ist Mela und Dragon. Raus aus meinem scheiß Körper! Nein, fiss dich! Dragon, mach mir einen Vertrag! Übrigens Dragon, und auch Mela. Niemand sagt mir was von wegen Mörder oder sowas, wenn er tot ist. Verstanden? Ja, das machen wir auch nicht. Das ist eine allgemeine Regel. Aber, okay, lassen wir den Punkt machen. Ich vergesse, ich tue mir meistens eh nicht checken, wer mich rumgebastert hat oder so. Super! Da kann ich ja meinen Auftrag bekommen. Oh nö, warum fliegt das jetzt auseinander? Warte mal, ich kann ja den hier machen. Ich hab Flutschfingern. Da kann ich ja den Punkt machen. Bist du ein Arsch? Nein, Dragon ist auch tot! Der ist hinter die Hütte. Der ist gegangen. Geil. Geil. Stürb. Stürb. Steu. Stirb! Schreckend dich! Hey, wo ist der wurde der Bogen? Scheiße, hat man da dringend begeht. Ich habe schon echt lange keinen Minecraft-Mörder mehr aufgenommen. Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt mörder wurde. Ah ja. Haben wir dich so genervt, dass du uns umbringen musstest, ne? Ja, er hat sicher noch verdient, tut mir leid. Ne, tut mir eigentlich nicht leid, ne? So, kurz mal noch mal Weihnacht-Rutschring an. Du bist doch so ein Arsch! Immer wieder gerne. Bruder, ich hasse dich manchmal echt. Ne, eigentlich hasse ich dich immer. Oh, Junge! Ja, frecke Zell. Ne, ich hab's ja eben geschafft, ne? Schade, schade. Hättest ja schön frecken können. Ne, danke. Boah, Luft. Da hab ich echt keinen Bock, ne? Alter, meine Kamera immer wieder, Alter. Dieser Scheiß-Buck. Ne Kamera? Also, manchmal... Nein, ich hab keine... Also, manchmal, wenn ich, ähm, einfach nur... Nein! Wo kommt ihr denn her? Zell, ich ramm dir jetzt einen Lohnstab in den Arsch. Alles klar, Digga. Junge! Turn around! Du bist so eine Enttäuschung, Alter. Lass mich schraten, der ist hier in der Ecke. Hüß! 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 Er ist nicht in der Ecke. Der ist nicht in der Ecke. Ah, Hilfe! Ja, verrechsel. Schnauze. Nein, ich halte nicht meine Schnauze. Doch. Nein. Was wirst du jetzt? Stauze jetzt. Tue ich nicht. Was wirst du dagegen tun? Ich rede immer und immer weiter. Schalt immer die Schnauze an! Nein! Tue ich nicht. Warum sollte ich? Mann, Mela, jetzt halt die Schnauze. Ich muss mich jetzt nicht konzentrieren. Ich will überleben! Ah! Ich muss... Du verfolgt mich in der kleine Fass! Hey, Manus! Bitte! Lass es! Lass es bitte, Dragon! Ich hab jetzt nicht wegen dir überlebt! Ich hoffe, du verreckt! Beda, halt jetzt die Maul, dann schmue ich dich! Nein! Domi, ich hab... Ich hab... Ich hab einen schnelleren Knopf! Du hast so ein scheiß Schwein, dass ich den Pfeil verfehlt habe. Du hast echt geschossen, du Bastard! Das ist Dragon. Den will ich aber nicht abknallen. Der klebt noch? Ja, Dragon ist noch am Leben getan. Ich hab auch nicht erwartet. Ich hab auch nicht erwartet. Scheiße! Okay, Mela, es stimmt als erstes. Ach, das ist ja schon. Ach, das ist ja schon. Ach, Herr, komm her! Umbring! Okay, okay, okay. Wenn sie das so sagt, dann ist sie's! Sel, komm aber hier! Hallo! Sel, komm zum Portal! Sel! Ich habe euch was zu zeigen! Hey, jetzt ist das alte! Komm zum Portal! Ich muss euch was zeigen! Ich bin unterwegs! Sel! Komm schnell bevor! Bist du 1% dumm oder 1% schlau? Okay, du bist beim... Ich bin beim Portal! Jetzt kannst du mich nicht mehr flussschwingen! Jetzt kannst du mich nicht mehr flussschwingen! Du bist 2% dumm! Ich schmuck dich gleich in das Portal! Okay, Dragon will sterben! Warum? Keine Ahnung! Hab so ein leises Flüstern wahrgenommen, was es mir gesagt hat. Dragon will sterben! Nö! Ich geh nur den Wunsch der Allgemeinheit ein! Nö! Also ich sag so! Wenn ich einen Nutzen davon hab, ja? Ja! Warum ist der... Warum ist der Bogen jetzt schon ge... So Leute! Das war's mit der heutigen Folge! Mörder! Das ist ne Stunde Aufnahme! Ich weiß nicht mal, ob ich die Auf... Ob ich nicht leihen will, ne? Also ich hab... Also ich hab nur ne halbe Stunde! Wenn du jetzt... Lass... Geht in die Videobeschreibung! Geht in die Videobeschreibung! Da ist der gesamte Uni-Collective-Clan drinne! Und Mela? Gaut auch in die Beschreibung! Da sind nicht nur Uni-Collective, sondern auch Mela und Dragon verlinkt! Jupp! Juppie! Unter Uni-Collective! Boah haha! Ja! Haut rein und ciao Leute! Tag oder Nacht! Du wirst nicht abschalten! Mit meinem Humor bring ich dich zum Lachen! Und... und... Tsch! Und...